Das ist auch so eine Sache, ne? Wenn man Mario mal gespeedrunnt hat, dann hat man vor keinem Abgrund mehr irgendwie Respekt. Das ist... Und braucht man auch nicht in dem Spiel. Geh da hoch. Ist halt wirklich so. Ich bin klein, mein Gewissen ist rein. Ich möchte voll mit Klüchen sein. Ach, der Herr ist besoffen. Birgi hat doch nicht im Auge. Alles klar, meine Gute. Der von vorn ist eh nicht mehr da. Keine Sorge. Das war halt wieder ein typischer... Oh mein Gott, was ist hier los? Das war gerade Fullspeed. Sag mal. Sind die alle auf Fullspeed gerade? Ah, das ist... Na? Ich... Ganz ruhig. Danke, Spiel. Wie? Stimmt, es gibt ja auch eine Uhrzeit, wo quasi alles verrückt spielt. Oder war das sicher auch so? Ja, genau. Ja, ich sehe es wieder. Oh Gott, ist das ein dämlicher Scheiß. Excuse. Wir wissen jetzt, ein Jahr reicht offensichtlich. Ja, Gott sei Dank. Ich habe mich aufgegrabb zum Knie. Ah, ich blute. Ne, bin ich nicht. Hatte einen Zweig. Schle... 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 Schmeckt zumindest so. Wait, what? So. Das sind die blauen Münze übrigens. Gott, ich krieg hier ein zu viel. Was ist eigentlich hier oben? Ach, der ganz oben ist auch noch einer. Wie sind die so viele? Ja, wie komme ich hier rein? Ach, als ob. Sollen wir wirklich so rein? Das ist doch Humbo. Da habe ich mir auch genau das falsche ausgesucht, oder? Natürlich. Super. Super Spiel. Danke. Das ist Berlin in der Luft, was du meinst. Eieieieie. Okay, warte mal. Können wir uns auf eins einlegen? Wir machen es einfach so. Ach scheiße. Warte mal. Wir machen es einfach so. Das geht doch voll klar, oder? Mann! Ist es wirklich so? Wieso lässt Berlin das dann zu, dass man so etwas im Namen von Berlin quasi vertreibt? Ist das nicht hier Namensschädigung oder sowas? Oder ist es quasi dieselbe Leier wie mit Jägermeister? Jägermeister ist ja auch quasi nur heute zusammenpasst. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Haben Sie? Ich brauche eine Antwort von dir. Ach. Um wie viel Uhr hast du gedacht, dass du, dass du, dass du, oder bis wann bist du available? Hm. Hm. Ist keine Uhrzeit. Oh mein Gott. Abwad. Ja, ich mag jetzt jetzt. Ich mag es tatsächlich gar nicht. Also, ich sage nur so. Ja. Das einzige, was ich wirklich mag, ist so richtig geile Sahne. Das, 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 das finde ich geil. Zum Beispiel. Oder, oder. Generell so, so, so Fettlikörer. Weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ähm. Es gibt, es gibt so ein. Okay. Wenn ich Liköre mag, ihr mögt es. Mögt es übrigens. Mögt es ist ein besseres Wort. Ähm. Ich suche euch mal. Kurz das raus. Was hat der absolute Pornoklassiker ist? Na. Er hat Porno gesagt und schickt Link. Bannt ihn. Das hier ist mit Abstand das geilste, was ich an Likör kenne. Und was ich auch sofort trinken würde. Wenn ich keine, ähm. Keine Kinder hätte. Also, ich lerne jetzt bis 22 Uhr und trainiere mittel Beine. Im Home-Training oder gehst du dann, gehst du dann out? Gehst du dann nach außerhalb? In die Außenwelt. Ich bin übrigens beim jetzigen, ähm, Fitnessstudio noch nicht so warm geworden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Denn momentan muss ich mir noch die richtigen Zeiten daraus suchen, dass es nicht immer komplett überlaufen ist, der Bums. Bei daheim schafft es einfach nicht mit die Kinder. Also. Daheim? Okay. Dann legen wir das hin. Also wenn du danach noch die Kraft hast, zum Daddlen dann immer gerne. Was tue ich hier drüben? Was zum Fick tue ich hier drüben? Das klingt echt krass geil. Es ist halt einfach. Es ist halt. Na. Also für die Leute, wenn es hier auf YouTube kommen sollte. Ich weiß auch nicht warum. Ähm. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht bringe ich das auf YouTube. Ich weiß es nicht. Warum nicht? Ähm. Wie geil ist Mario 65 im Internet. Das ist doch schön. Ähm. Der Link beinhaltet, äh, beinhaltet. Wow. Bitte deutsch. Wo bist du? Gib mir bitte dein, deine Macht zum grammatikalischen richtig tun. Danke. So. Wenn dein tun mit drin ist, dann funktioniert alles in Deutsch. der link beinhält eine weiterleitung zu einem manner liqueur und manner liqueur ist genauso geil wie es sich anhört weil das wort man damit drin vorkommt holy macaroni und ohne schritt es ist wirklich wirklich so geil wie es sich anhört er klingt der klingt nicht nur gut der schmeckt halt auch wirklich super gut und ich sagte es ich mag kein ich mag kein alkohol warte mal warte mal warte mal warte mal geht das oh mein gott oh mein gott warte geht das das ist ja komplett porno dieser scheiß block darf halt nicht kaputt gehen ich finde das lustige liqueure nutzige brandies auch gut sind dass ich gar nicht so abhauen sind obstbände es kommt doch an also so ein so ein so ein so ein so ein so ein das ist es hat auch für ein liqueur was ich meine so ein so ein blauen liqueur war das so ein zwetschenglikör der war schon richtig geil aber das ist bestimmt die normale route für den speedrunner nein ne das ist das machen wir uns so es ist mir jetzt komplett egal es ist mir jetzt egal ist nicht egal wenn wir sterben aber ich möchte es jetzt so machen allein aus dem grund weil ich dann weiß ein clip rausschneiden alle für die views ja mein gott jetzt kommt das ist mir auch reich mal auf den dicken blauen drauf kommen es ist halt gar nicht so einfach diesen blöden block zu treffen aber es geht halt wirklich ich bin ja schon vorbeigesprungen hörst du auch mal ja es geht halt wirklich aber ich kann mir nicht vorstellen dass der erste bündel ist ne 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 komm bring's da hoch scheiße 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 scusi Nein! 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 Scheiße! Ich leg das hin. Habe ich gesagt wir machen heute noch einen Speedrun? Ich glaube nicht, ne? Das funktioniert zu 100%, ich bin einfach zu dumm. Mann! Das funktioniert zu 100%. In dem Moment, wenn da keine Invisible Wall ist und mich davon abhält, da hoch zu springen, funktioniert das. Vielleicht funktioniert es auch nicht. Oh mein Gott! Easy! So. Gar kein Problem. Oh Gott! Oh wie schön! First try! Wie viele Münzen haben wir hier noch? Äh wie viele Sterne haben wir hier noch zu holen? Oh mein Gott im Himmel! Oh ne! Ist reinig Stillstand? Wir haben ja nur noch einen! Ach Gott sei Dank! Bomben explodieren übrigens, wenn sie neben Bomben explodieren. Wunderbar! ist das ok ... Ich möchte nur die untersten Münzen holen, bitte. und es ist ein abfall wird da hoch und runter zu gehen beziehungsweise ich lauf hoch und spring einfach runter das ist immer meine devise wie das einfachste geht klar man könnte es einfach stehen stehen lassen die ganzen bums aber nicht so ja aber ich würde in den zenten direkt gesehen dieses richtig geile erzeugnis orgasmischer prozesse victor miller ein wunderschöner mein guter und danke dir für den like sehr lieb von dir so gott ich hasse alles an den leuten zwei anfragen hey dear hey how are you doing antwitch artist can i do something for you habe ich dich gefragt pick dich in dein ja in deinem knie aus 1 und 0 das ist halt wieder so ein thema mit instagram also ich mach's halt nebenbei mit klar weil hier und da und so instagram ist für mich immer noch ein noch betüdeln und gegenseitiges betüdeln irgendwie nach wie vor ok nee 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 das habe ich das habe ich nicht verdient das habe ich nicht verdient nein 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 das habe ich nicht verdient da bin ich so fähren und schmeiße mich in den tod hey do you stream äh oder oder dieses dieses typische die typische aussage ähm hey i like your account and your stream bla bla und schieß mich tot und gerade er ist gefolgt und ähm ne ich liebe es hab alle social media gelöscht macht einen einfach glücklicher und es kommt doch an wofür du es benutzt ne also ich bin ich habe heute wieder gelernt kleines wenn die hat gelernt dass wenn die hat gelernt dass ich auf youtube nie wieder kommentare schreiben werde unter einem beitrag genau was ist denn los ähm der nicht von mir ist ne ah obwohl ich meine sachen nicht beiträge nennen kann weil zum beispiel ähm der herr märz ne nur so als als beispiel der märz hat hat beim glanz glaube ich gesagt glanz war das ähm dass gendern nicht okay ist weil es die deutsche sprache verhunzt ne so hab ich drunter geschrieben es ist ja bullshit ne weil nur die leute die es die es stört für die sind unangenehm ne und man kann jetzt man muss ja nicht kolleginnen sagen sondern ich kann ja auch einfach so sagen kollegen und kolleginnen ne wo ist das problem so dann hat dann schreibt einer unter meinen kommentar na so nach dem ähm nach dem motto ja aber keule ne frauen werden denn unsere äh in unsere gesellschaft komplett bevorzugt ne du musst überlegen frauenquote frauenquote ist doch nur pro frau ne das ist ja voll diskriminiert die männern nicht nur wo mir denkst du are you real what the fuck ne du hast eine seite mit einem richtig dicken minus ne wait werde ich jetzt an den brand gehängt weil ich weil ich jetzt gerade sagt die frauenseite ähm ist dick bin ich jetzt wieder sexistisch ich weiß jetzt nicht vielleicht ähm ich hoffe nicht auf jeden fall ähm das war seine aussage die frauenquote ist pro frau deswegen ist äh ist das ja hier diskriminierte männer gegenüber äh äh das ist ganz die sache ne und dann wenn man schreibt keule das macht keinen sinn was du überschreibst ne und erklärt ihm warum das so ist im blog dann bekommt man nur die antwort selten so einen schwachsinn gelesen ne und das 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 macht mich traurig das macht mich in der situation schon traurig weil ich 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 würde schon gerne diskutieren aber nicht wenn jemand so nur sagt das ist das ist ein schachsinn haha schwierig twitch ist auch irgendwie ähm ein stück social media ähm ja 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 viele gebrauchen twitch in social media viele ähm wie soll ich sagen viele denken aber auch ähm dass twitchen oder die streamer ein freundesersatz sind was ich auch so ein bisschen schwierig finde gerade bei großes führen habe ich auch schon mal gesagt ähm wie viele denken halt einfach wenn sie in den stream reinkommen dass sie halt ähm instant mit auch gerade bei großes führen Freunde mit dem sind woher wieso ist halt macht euch das leben noch nicht selber so schwer ne egal so ich bin auch nur hier um max in prime zu gehen und auf meine runde Uhr zu warten Ja siehst du mal, ne weee so ein vor F Prozent in der klug der beschwörung jahrer, das ist ja fast schon wieder hier wie consoles das ist so wieder schon belasten weißt du weiß ich ob ich das zulassen kann Was ist hier eigentlich drin? Sie Münzen! So. Ja! Kaffee? Also Vinci ist müde. Schwierig. Ich finde, Frauengote ist sogar Konterfrau. Glaubst du doch nicht, dass die Leute nachdenken und einsichtig sind? Das Ding ist das, in dem Moment, wenn man... Es ist so eine Sache, das kann man auf so viele Arten und Weisen einfach beachten oder betrachten, meine ich. Wenn du eine Frauenquote hast, beziehungsweise auch wenn du eine Behindertenquote hast, dann ist das ja natürlich pro der Gruppe. Aber du differenzierst ja offensichtlich diese Gruppe von der Normalität. Also es ist eigentlich jede Sache, die irgendwie der Diskriminierung helfen soll, auch eine Diskriminierung an sich, was ich halt einfach schade finde. Was wir in einer Gesellschaft leben, wo man schon so denken kann und das leider einfach irgendwie Sinn macht. Das ist das, das ist das. Jo Mario! Na. Verstehen Sie, was ich meine? Aber naja, ist halt einfach so. Und das ist das eine, warum ich auf YouTube keine Kommentare... Also ich habe alle Jubeljahre, hau ich bei irgendeinem Kommentar raus und so und gut ist, ne? Naja. Und wisst ihr, was zum Beispiel heute, heutzutage immer noch, was ich gar nicht wusste? Ähm. Was aber immer noch? Aber. Haben Sie, was studierst du? Nee, du studierst. Ne, ich bin immer noch auch drauf, das haben Sie, ähm, Medizin studiert. Für solche, warum? Leck mir doch die Haxen, ey. Fuck. Oh. Ach, weißt was? Das funktioniert so nicht. Okay, können wir einfach mal so, gucken wir mal so rein, das funktioniert schon. Aber ich glaube auf der 12 muss ich sagen. Danke. Müsste Stillstand sein. Ähm. Das auch in der heutigen Zeit, Medikament, also hier, gut. Ähm, die, die Dosen von Medikamenten, ne? Die sind nicht auf die Frau angepasst, zum Beispiel, ne? Das ist, also, Beruhigungsmittel zum Beispiel, also... Du kannst natürlich Dosen im, im Internet nachlesen, ne? Aber so die Standarddosis, ähm, die auf Medikamenten draufsteht, ne? Ist nach wie vor auf den Mann bezogen, ne? Oder, oder wurde es mittlerweile überarbeitet, dass da draufsteht, für Mann und für Frau. Nicht ganz medizin, aber ich hatte es fast... Ja, siehst du, Chemie... Siehst du. Übrigens, wenn, wenn du in der Chemie-Studie bist, dann kannst du hier aus der Tür versprechen, ne? Dann ist ja hier... Ach Gott, ich vergesse alles, was ihr seid. Außer ein Lümmel, ihr seid ja alle. Wenn du safe-stelle zu führen, dass Leute denken und sagen, dass Personen XY ja nur wegen der Quote da ist. Ja, und dann krieg, dann gibt's die Diskriminierung, äh, Diskriminierung und Mobbing innerhalb der Firma. Na? Logisch. Deswegen, ist genauso, ist genauso entdeckt. Auch, auch wenn, auch wenn es richtig ist, ne? Auch wenn es wahr ist. Es ist einfach nicht, nicht okay. Ähm, und irgendwie finde ich das nicht förderlich. Ich frage mich, warum man nicht einfach Leute unabhängig von irgendwo schlecht bewerben kann. Weil, und das, das ist, das ist auch so eine Sache. Das ist natürlich auch mein Guter. Geh mal, geh mal auf Twitch, geh mal ins Just Chatting rein. Na? Und schau dir einfach mal den willkürlichen Streamer über 100 Videos. Und sag mir, zu welchem Grad, ähm, Mensch, die gehören. Prolet? Studierender? Hyperintelligente? Holpfosten? Trottel? Wie? Weißt du, was ich mein? Nein, es ist alles derselbe Schlag Mensch. Und, was halt noch, noch wie trauriger ist an der Sache, der fängt, der, der, der findet halt Anklang in unserer Gesellschaft. Und zwar nicht nur wenig. Ne? Gut, das war die richtige Ecke. Aber der findet nicht nur wenig Anklang in unserer Gesellschaft. Leider. Heißt du auf gut Deutsch, ähm, dieser Mensch ist, oder dieser Typ Mensch ist bei unserer jetzigen, ähm, Gesellschaft, also bei unserem, bei unserem Alter schon vorhanden. Unsere vorhergehende Gesellschaft ist noch viel älter als wir Management, was heutzutage ist Management oder Geschäftsführer sind. Ne? Die haben das noch ganz anders in Erinnerung von früher. Ne? Und leben das auch. Du musst mal, jede Firma, wo du reingehst, ähm, oder wo du arbeitest, die von einem meistens Mann, ähm, geführt wird, der, ähm, sagen wir mal, die Firma wahrscheinlich so in den 70er, 80er Jahren gegründet hat, ne? Pima Daumen. Ist vermutlich schon so um die 60, 70 heutzutage. Ne? Mindestens. Und hat ein, ein, ein anderes Weltbild. Ne? Heißt auf gut Deutsch, Frauen können nicht so viel, Frauen verdienen nicht so viel Anerkennung. Das, das. Ich, ich, ich werde's meinen, mein, ich werde's nicht verstehen. Ne? Ich werde's einfach nicht verstehen. Wieso das so gehandhabt werden muss. Bei mir in der Firma, ne? Denkst du, es ist da anders. Ne? Wir sind, wir sind ein Weltmarktunternehmen. Ne? Zwar ist es auf dem, auf dem Nischenmarkt. Aber, ähm, innerhalb der Firma gibt's auch so viele. Steve, mein guter, grüß dich. Hi. Wie geht's denn, mein guter? Und, ja, 24 Monate, ne? Wie geht's denn, mein bester? Uh. Wo ich jetzt mal schauen muss. Ich schau mal schnell auf Fiverr, weil ich hab ja schon was abgegeben. Habt ihr schon was hören lassen, die Gute? Hat sie noch nicht? Bitch. Nein. Nee, geht's denn, mein guter und danke dir für 24 Monate. Ist krass, ne? Ist krass. 24 Monate Streaming und nichts erreicht. Gar nichts. Es ist eigentlich dann... Es ist eigentlich so eine Ecke, wo man dann eigentlich mal sagen sollte, lohnt sich der ganze Bums? Ich hoffe nicht. Ähm, nee. Und bei uns in der Firma in Cent ist es auch so, wir haben extrem viele Kerle drin, die halt einfach wahnsinnig abwertend gegenüber Frauen reden. Es reicht mir auch dieses Proletz oder Prolgehabe von wegen, ähm, von wegen, ja, die würde ich schon mal schnackteln, ne? Ich weiß nicht, es ist aber dieses, dieses... Ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß. Allein so eine Aussage heißt ja, oder degradiert die Frau ja auf ihr körperliches Etwas oder vielleicht auch nichts runter, ne? Ich weiß, es kommt dieses Flat sehr engstirnig von mir. Ich bin da kein Fan von. Na, wirklich nicht. So. Sorry. Ich weiß, es ist immer so ein... Es ist immer so ein... so ein ethisch beschissener Talk, aber... Das... Das kann doch nicht sein, dass es so wenige Menschen, vor allem bei uns in Deutschland gibt, die es so sehen. Oder etwa doch? Das... Das ist... Das ist doch schon lange out, oder? Diese Ansicht. Oder nicht? Diese Weltanschauung. Das ist grauenhaft. Naja. Komm ich da drüber? Okay. Blütenbergers. Sorry, jetzt. I know, I know. Ich habe oft das Gefühl, dass viele das Weltbild aus dem Mittelalter mitleben. Ja. Ja, genau das. Genau das. Und es ist leider wirklich so. Ne? Stell dir mal vor, der März wäre Bundeskanzler geworden. Holy shit. Ich meine, der Scholz ist eh schon so ein alter Lappen, aber der traut sich nicht, wird sich nicht trauen, so irgendwas zu sagen, was das angeht. Stell dir mal vor, der März wäre irgendwie da oben gelandet. Sorry, aber das ist ein konservativer Vollpfosten, was das angeht. Und ich packe einfach nicht, wieso so viele Leute im Internet überhaupt die Berechtigung haben, sich mitzuteilen. Es ist faszinierend. Es tut einfach wirklich weh. Es tut wirklich weh. Es ist wirklich schlimm. Das trifft aber genauso. Leider auch Frauen, die sich gegen die überfeindlich sind. Sie haben mit selbst die Knie lümmelt. Die Knie lümmelt. Ich knüppel dich nicht, ich knüppel dich weg. Und das ist eine riesige endlose Diskussion, weil es einfach kein Ende gibt. Weil gefühlt regt sich jeder darüber auf. Was ist daran so schlimm, wenn man gendert? Was ist daran so schlimm? Habe ich meinem Vater auch gesagt. Weil wir sind am Mittwoch zusammengesessen und beim Abendessen. Und haben wir über das Öl gelabert. Und dann hat er auch gesagt, wir stellen dann zeigen, von wegen, darfst du das Däni vergessen? Hat er gesagt, das heißt ja männlich, weiblich doof. Und ich denke so, erstens, du kannst sowas öffentlich in dieser Welt nicht mehr sagen. Und zweitens, das gehört sich nicht. Ich bin mit meinem Vater bei sehr, sehr, sehr vielen Sachen einer Meinung, weil er ein kluger Kopf ist und ein super empathischer und netter Mensch ist. Aber was sowas angeht, ist er halt auch wirklich echt stehen geblieben. Aber da mache ich ihm keine Vorwürfe, weil das hat er von meinem Opa mitbekommen. Leider Gottes. Und naja, ist halt einfach so. Das kann auch nicht jeder perfekt sein. Tumme einfach mal ganz ehrlich. Komplett aus dem Leben geballert. Naja, jo, gib mir, geht, hab mir neue PC-Teile gegönnt, mal wieder. Neue Rückschalte, Rückschritte, und auch für wichtige und richtige. Lübbel, ey.